und willkommen zum neuen part let's play selection of time ich hoffe wieder so lange her also bei letztem mal neuen part hochladen haben was soll's jetzt viel spaß mit neuen part ja gucken wir mal wie lange der part wird wir schauen mal genau alles gut ist jetzt genau sehr gut bei bio links genau links müssen wir jetzt genau oh mein gott war es knapp jetzt aber noch tatsächlich noch geschafft freut mich so geht aufpassen nichts falsch machen genau und wir nehmen wir wollen wir genau super nein es ist weiß jetzt hier mal da abstellen nein hat nicht mehr das war klar aber trotzdem ist okay und das hier und sie diesmal hat das jeden fall diesmal das ist auch klar so hier ist der weg und die seine schutzkiste auch wissenschaft ist das freut mich sehr dankeschön sehr gut freut mich wir haben ja fast karte gefunden das freut mich so dass gehen wir einfach mal hier in genau richtung das ist auch richtig nicht genau aber es geht schon geht schon alles ok aber hier gibt es kein weg oder gibt es doch hier im weg doch gibt es am weg sorry habe ich gesehen hier gibt es doch im weg achten auch hier sind noch stehen blieben letztens ich weiß noch ja genau ich weiß jetzt nehmen wir von bonbon explodieren wie sie hier einfach genau einfach hier ist wie die hallo nie mehr und dann explodiert diese statu ich weiß aber es ist ja schon oder nicht alles gut ich war gerade nicht dabei nicht konzentrieren wo sie mich eine andere bombe und sorry habe ich gemerkt jetzt aber genau ist aber ja so ist jetzt alles gut der neid ich weiß genau hier ist okay und jetzt geht weiter hier oben da oben also wie gesagt ich habe ganz viel vergessen vom geben also ich weiß schon nie mehr so viel also ja ich freue mich drauf auf meine blind momente des games okay jetzt aufpassen hier wird immer also ich merke schon ja aber gut hier ist es geht nur spinnen dann ist okay oder ja ich glaube schon guck mal wer wegschieden können ich glaube aber nicht ich habe keinen weg und ich habe keinen weg und was soll es nicht so schlimm ist nicht so schlimm bei jungen auch super nice so aufpassen was so abgeht die echt oder fähig jeden tag die krassen aus der die rassen aus gott und die hat nicht besiegt oder auch noch doch habe ich er flach er flattern nochmal herum und ja dann ist auch da und der so ich weiß nicht wert wenn er das original der herr der lande was auch immer was lieber du bist gut genau okay das ist echt okay ich habe ich gesehen okay Oh Gott Ja, es ist okay bitte, es ist okay Oh Gott Ja, schon leid Was soll es? Okay Ja, Fehler sind okay Fehler sind okay Aufpassen jetzt, wie nichts Fehler hast du mir machen, das ist auch alles okay Genau Gut, danke schön Aufpassen jetzt hier Super, nein Ich weiß So Hier oben mit Irina, where are you, Zelda Okay, we have time, we know Alles gut Ok, ok, dankeschön Oh Gott 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 Das ist immer so bleiben, Liki Versendet Oh, da bist du jetzt hier so wunderbar Kamera, 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 danke Kamera, danke, Kamera Danke, okay, jetzt geht's Ja, ist okay Alles okay, bis jetzt Genau Diesmal mache ich keine Downy oder auch, warte auch mal Ich hab auch drauf Das ist mir so umständlich, deswegen Diesmal mache ich nicht Ich hab auch Zeit Vier ist Oh Gott Das ist mir auch viel Ach, egal, was ist, wir haben auch Zeit Felix, Felix, Felix Untertitelung des ZDF, 2020 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 die auch die erdnüsse 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 nüsse haben sie echt wissen vergleichbar Ecke hat er echt eine vergleichbare Ecke neben erdnüsse sehen sie echt gern schön gleich aus ach du scheiße nicht noch mehr kämpfen ok was soll's kann ich hoffen aber wird alles klar ach scheiße warum kann man verkehrt aber es ist alles okay jetzt bin ich nicht so schlecht wie ich dachte aber es ist okay bei video ok du bist da und sehr gut bin glücklich dankeschön vielen dank dank ich bin glücklich vielen dank ich bin glücklich vielen dank und du wirst dauern oh mein Gott du wirst auch dauern dankeschön ich bin glücklich vielen dank ich bin glücklich thank you ich bin glücklich ich bin glücklich oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich bin glücklich ah Gott das ich bin glücklich ich bin glücklich ich bin glücklich aufgemacht wurden so wird ich auch und die und auch nicht hier er hat ja wie gesagt schon aufgeschaut habe was soll wenn sie okay jetzt nur hier okay hier wo sie ein kleines aufwarten kein fehler machen uns alle marsch gewissen was nicht drin ist das ist die bomben tasche drin das ist ja schon an folge was soll es aber ich weiß es schon und das ist die bomben tasche das item das wir brauchen ja wir haben die bomben tasche ab sofort jetzt oh mein gott wie geil ist das ne das ist übrigens das an der item wie der schleuder ist halt genau wie wie im waldtempel das ganze item hier wie hier ist so halt die bomben tasche wie gerade genau so wie im waldtempel ist das auch ein ganzer item und dann ist die geile bomben tasche äh 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 die bombe in taschen die ich noch habe natürlich mal die rosteck raus genau und der bombe sehr gut oder ja genau so ganz genau das freut mich sehr leute was steht drauf hier okay ist nicht wichtig ist aufgestanden und geht aber hier müssen jetzt hier die bombe einreißen dass wir hier ein können danke so rein müssen wir ihn so mein schmeißen in den augen unsere augen oder unsere bomben bekommen haben die kommen jetzt auch hier die bomben die bomben augen oder den in den augen davon von den menschen da auch bekommen ach ich hoffe ok habe schon getroffen ok ich hoffe ich sehr leute ist wir haben geschoffen geschoffen bombenaugen ich will einfach mal sagen diesen bomben empfindlich deswegen habe ich auch bomben scheiß also glatt mit der hand ok dankeschön und ja das war es dann mit diesem neuen part von let's play cellarquare of time ich hoffe heute euch gefallen hat der neue part von cellarquare of time beim nächsten mal geht es dann auch bei der leute ist und ich würde sagen beim nächsten mal machen wir mal mit diesem neuen dungeon und neuen tempel hier ja das ist echt ein cooles Detail hier die augen voll geil ich weiß das mache ich immer wenn ich hier runter springen möchte dann will ich immer hier auf den diodaurier drauf klicken was soll es hier sage ich servus zunächst mal ciao